Die Quest des Rudels Beute bekommt ihr in Ruhe statt vom Itemhändler. Ihr sollt seinen Enkel oder Sohn oder so von den Wölfen retten, weil der wohl von den Wölfen entführt. Dafür müsst ihr auf dem Marktplatz mit drei unterschiedlichen Leuten reden. Einmal mit der jungen Dame am Brunnen, einmal mit Timothy, der uns sagt, dass der Junge nach Osten gegangen ist und er gesehen hat, wie er entführt wurde und dass der Junge so Blätter verloren hat. Und eine alte Frau, die ich ewig nicht gefunden habe, die ist bei mir dann nachts irgendwann auf dem Marktplatz aufgetaucht. Ja und dann geht ihr jetzt aus dem Dorf raus und zwar am besten nachts, weil wenn ihr dann auf den Boden guckt, dann seht ihr so Mondenglühenblüten liegen und das ist die Spur, die ihr folgen müsst. Ihr könnt jetzt entweder den Blütenspuren selber folgen oder ihr guckt einfach auf meine Karte und folgt dem Weg, den ich euch hier zeige. Auf jeden Fall geht ihr dann in den Wald weit östlich vom Dorf, geht dort in die Höhle, rettet den Jungen und eskortiert ihn dann zurück nach Ruhestadt und gebt ihn dann bei seinem Großvater oder Vater oder Onkel oder so ab. Ja und das ist die ganze Quest. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben und bis dann. Ciao.